Hallo Leute, da bin ich's wieder, euer WWE-Sammler14, heute jetzt auf dem Pokémon Day München. Und ja, ich führe euch einfach mal rum. Ich habe Pokémon XY schon angetestet. Das Spiel ist einfach der Burner. Und ja, ich zeige euch das jetzt einfach hier mal. Wir haben sogar schon welche übernachtet, das ist richtig krass. Hier sehen wir, ich führe euch einfach mal rum. Natürlich zocken viele hier. Hier kann man XY anspielen. Das coole Spiel. Hammer! Also, ich bin hammerbegeistert. Also, ich bin hammerbegeistert. Leider darf man innen drinnen nicht filmen. Hier kann man sich das Shiny Palkia runterladen. Hier das Shiny Palkia und so weiter. Alter, einfach genial. Also, ich konnte auch schon vieles ertauschen und so weiter. Und also, hier ist das Darkrai, das vorher den Kostümwerbewerb gewonnen hat. Jo. Und, und hier haben wir... Dieses Viech. Ich weiß nicht, wie das neue Viech heißt. Hier kann man sich fotografieren lassen. Jo. Also, hier... Hier sind dann Kangen, da spielen die gegeneinander mit den Pokémon-Spielen Schwarz-Weiß 2. Ähm... Hier ist natürlich die Bühne. Da ist gerade nichts los. Das wurde gerade verlost alles. Ähm... Ja. Aber Oli P ist natürlich auch wieder da, wie man ihn hier sehen kann. Und die Gewinnerin vom Kostümwerbewerb vorher. Ja. Hier das neue, legendäre Pokémon. Und jetzt geht's wieder auf die Bühne. Und jetzt geht's wieder auf die Bühne. Ja. Hier wird für die Verlosung hergerichtet die Bühne halt. Hier mit dem Typen habe ich vorher schon getauscht. Ja. Auf jeden Fall hier die... Arkaden halt. Ähm... Am Anfang hat's geregnet. War nicht so toll. Jetzt zeige ich euch noch, was auch noch ganz Neues ist. Will ich euch auch noch zeigen. Nämlich... Hier das neue, ähm... Pokémon-Autor. Hier... Hier ist der Tomy-Stand. Hier kann man Sachen kaufen. Hier war dann die Anmeldeschlangen. Gott sei Dank hatten wir schon die Karte. Sonst steht man hier noch an, da wo man die Preise abholen kann. Ich habe meine Preistüte bekommen. Die neue Fan-Card, ein Poster, mein Ausfüllzettel und so weiter und so fort. Das neue Pokémon-Day-T-Shirt, hier der Ausfüllzettel, den ich hatte. Hier... Hier... Hier sind wir noch ein bisschen was von der... Nova-Region, ähm, von der... Neuen Region. Das muss man alles durchlesen, dann kann man da mitmachen bei dem... Ähm... Und die Fragen dann beantworten. Und hier sind halt die Arkaden und viele, viele Leute. Ähm... Hier sehen wir den Bisa-Warrior. Der hat vorher auch gewonnen. Und... Das Viech hat auch vorher gewonnen. Und ja... Auf jeden Fall war es das jetzt von dem Video. Und ich sage dann einfach mal... Ich verabschiede mich einfach mal mit den Bildern. Und... Das war es dann von mir. Und ich sage dann... Tschüss, bis dann, Leute. Und morgen in Nürnberg wird auch noch ein Video kommen. Tschüss.